Wir befinden uns im Logistikzentrum der Martin Bauer Group, das wir erfolgreich mit Klingkammer Intralogistics geplant und realisiert haben. Als führender Anbieter von Kräuter- und Qualitäts war es unser Ziel viel Volumen platzsparend und schonend zu lagern. Über eine Schleuse und Fördertechnik Pufferbahnen werden die benötigten Paletten bereitgestellt. Unser 31 Meter hohes automatisiertes Hochregallager bietet eine Kapazität von über 10.000 Palettenstellplätzen. Durch das Hochregallager reduzieren wir die innerbetrieblichen Transporte zu anderen Lagerstandorten und reduzieren auch unseren CO2-Ausstoß. Die sauerstoffreduzierte Atmosphäre ermöglicht eine schonende und zugleich sichere Lagerung unserer Produkte.